Im Zuge der Terroranschläge vom 11. September wurden auch in Deutschland verschärfte Sicherheitsgesetze beschlossen. Im Auftrag der Bundesregierung haben Experten in den vergangenen Monaten diese Gesetze überprüft. Die Ergebnisse dürften auch in den Diskussionen über die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU und die Ausspähaffäre eine Rolle spielen. Heute präsentierten die zuständigen Bundesminister erstmals die Empfehlungen. Ein Bericht, zwei Meinungen. Innen- und Justizministerium bewerten die Vorschläge der Regierungskommission grundverschieden. So gefällt der Vorschlag, den Datenaustausch von Sicherheitsbehörden wie im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum zu begrenzen, der Justizministerin gut. Meiner Einschätzung nach gibt es ganz konkrete Punkte, die auch sehr wohl sehr schnell in die Politik einfließen können und umgesetzt werden können. Der Innenminister dagegen wenig begeistert. Friedrich will, dass die Sicherheitsbehörden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, Daten austauschen, Gefahren gemeinsam bekämpfen und verweist auf andere Berichte, die genau das vorschlagen. Gestern erst wurde vorgestellt der NSU-Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, auch mit konkreten Analysen von Gefahrensituationen und Schlussfolgerungen. Für die Opposition ist damit klar, Schwarz-Gelb blockiert sich selbst. Es wird gar nichts passieren. Es wird Stillstand herrschen, sowohl in den Freiheitsrechten als auch in der Sicherheit, wie während der letzten vier Jahre. Diese Regierung ist weder bei den Bürgerrechten noch im Bereich der inneren Sicherheit handlungsfähig. Aufgenommen wird der Bericht der Kommission wohl erst von der nächsten Bundesregierung. Sie muss dann entscheiden, ob und wie die Sicherheitsbehörden nach den NSU-Ermittlungspannen reformiert werden sollen. Fragen dazu an Olaf Hebig in Berlin. Innen- und Justizministerium liegen offenbar inhaltlich mal wieder nicht auf einer Linie. Wie angespannt war denn die Stimmung heute? Ja, überraschenderweise war die überhaupt nicht angespannt, sondern die beiden Minister waren sehr bemüht, sich harmonisch zu geben und diesen Bericht in einer sehr netten Atmosphäre vorzustellen. Allerdings ist natürlich auch klar, dass die Justizministerin mit den Ergebnissen dieses Berichtes mehr anfangen möchte als der Innenminister. Denn da sind natürlich vor allem Schwerpunkte dabei, dass man eben die Grundrechte stärker schützen müsste. Und das liegt einer Justizministerin immer näher als dem Innenminister. Ein Thema heute, das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Wie weit liegt man denn hier auseinander? Ja, das ist ein ganz grundsätzlicher Konflikt. Es ist ja das gemeinsame Terrorabwehrzentrum. Da arbeiten 40 Behörden miteinander. Und da sagt jetzt der Bericht, aber eben auch vor allem die Justizministerin, das müsste jetzt erst einmal auf eine neue einheitliche Rechtsgrundlage gestellt werden. Da kann nicht jede Behörde mit ihren eigenen Rechtsgrundlagen vor sich hin arbeiten. Und man würde dann in diesem Zuge auch noch die Datenweitergabe und Verarbeitung auch neu regeln wollen. Allerdings, der Innenminister sagt, es läuft doch alles prima, die arbeiten gut, wir haben Erfolge mit dieser Arbeit. Also muss man nichts ändern. Und da sind die Positionen natürlich weit auseinander. Und ich weiß nicht, ob man da je zusammenkommen wird. Welche Bedeutung hat denn dieser Bericht jetzt überhaupt? Ja, der Bericht ist einer von mehreren Berichten, die jetzt in den letzten Monaten zu diesem Thema auf den Tisch kamen. Der NSU-Untersuchungsausschuss-Bericht wurde schon erwähnt. Es gab eine Bund-Länder-Kommission und jetzt gibt es eben auch noch diese Regierungskommission, die die Sicherheitsgesetze überprüft hat. Es sind im Grunde Prüfaufträge, keine verbindlichen Vorschläge oder Vorgaben, die da drinstehen. Und insofern hängt es tatsächlich dann von der künftigen Bundesregierung ab, was damit passiert. Allerdings wurde empfohlen, dass man auf jeden Fall diese Gesetze weiter evaluieren müsse. Denn für die Regierungskommission war eigentlich zu wenig Zeit, das jetzt ausreichend zu tun. Olaf Ebig, vielen Dank nach Berlin. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR